Die Idee vom Fass zu verkaufen ist kein Problem. Eine Idee von mir, das gab es eigentlich immer schon. Das ist nichts Neues. Die Kunden kamen früher nach Italien, haben ihren Weinofen gekauft oder in Spanien ihren Sherry oder am Bodensee. Man hat das Obstwasser beim Bauern gekauft. Meine Idee war, oder wo ich sage, das ist dann das, wo ich verantwortlich bin, ist das, dass ich ein funktionierendes Franchise-System aus dieser Idee gemacht habe. Ein System, praktisch einen Ladentyp entwickelt habe, der duplizierbar ist. Es ist duplizierbar an jedem Standort und die Idee ist immer die gleiche. Die Idee ist vom Fass zu verkaufen, offen vom Fass. Obwohl wir das Fass nicht anschauen, jetzt nur als Holzfass, sondern auch, so wie hier, praktisch ein Terrakotta-Fass oder ein Glasfass. Wir haben verschiedene Produktkategorien. Jede Kategorie ist für sich eine starke Kategorie. Das sind einmal die Essige oder Balsame, das sind die Öle und das sind auf der anderen Seite die alkoholischen Produkte. Produkte alkoholisch und dann teilen sie wieder in Wein, in Spritwosen und in Liköre. Die vom Fass AG mit Sitz in Waldburg ist mittlerweile international an über 210 Standorten tätig. Gerade deshalb aber wird Wert darauf gelegt, dass viele Produkte aus der Bodenseeregion stammen. Alle Mitarbeiter und Franchise-Nehmer werden regelmäßig intensiv geschult. Wir haben verschiedene Arten von Schulungen. Einmal die Hauptschulung findet einmal im Jahr statt bei einem Meeting, wo alle Franchise-Partner hier nach Waldburg kommen. Wir bieten dann Laufenschulungen an unterm Jahr, Weinschulungen, Spritwosenschulungen. Wir bieten dann an Verkaufsschulungen, einen Großteil hier in der Zentrale, aber auch dezentral. Unsere Mitarbeiter haben sehr viel Freude an ihrer täglichen Arbeit, weil der Endkunde und der Kunde, der ins Geschäft kommt, kommt und hier uns Lob ausspricht. Und dieses Lob, das wir bekommen, das beflügelt und gibt uns weiterhin Freude und macht die Mitarbeiter auch stolz, bei vom Fass zu arbeiten. Wir schauen sehr optimistisch in die Zukunft. Optimistisch aus diesem Grund, weil unsere Produkte natürlich in die Zeit passen. Warte nie, bis du Zeit hast. Sehr einfach. Aber da steckt so viel drin. Und daran halte ich mich auch. Äh, bis du Zeit hast. Vielen Dank.